Meine lieben Horror-Hörer, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Whatpad Horror und zurück auf diesen Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr vorbeischaut und eingeschaltet habt, denn heute machen wir etwas ganz Besonderes. Wir beginnen eine neue Geschichte, neben unseren ganzen anderen Geschichten, die wir ja eh schon am Laufen haben, aber ist ja egal, denn wir haben ja nichts Besseres zu tun offensichtlich. Also, ich habe eine Geschichte gefunden, ausnahmsweise mal wieder selber, und diese Geschichte hat den super epischen Titel Magic Mafia Love Story. Der Klappentext ist, glaube ich, ziemlich vielversprechend, so wie immer und so wie wir es natürlich auch gewöhnt sind. Ich habe noch nicht reingelesen, aber das werden wir jetzt gemeinsam tun. Moonlight Gisel merkt, dass sie anders als andere Kinder ist. Punkt, 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 Punkt. Aber als ein neuer Bad Boy in die Highschool kommt, merkt sie das. Sie anders ist und er auch. Eine Love Story wird sich entwickeln, aber auch ein großes Drama. Es werden auch viele Tode geben. Ich weiß, ihr findet genau wie ich, dass das absolut spannend klingt, deswegen schauen wir jetzt natürlich auch gleich mal ins erste Kapitel rein. Welches heißt Blitz Emoji, der neue Bad Boy. Blitz Emoji. Wir haben auch ein Bild in der Kopfzeile. Ich meine, wo sind wir denn hier? Ist doch klar. Auf diesem Bild sehen wir ihn und sie, wer auch immer er und sie sind. Ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass er der neue Bad Boy ist und sie unsere Hauptfigur Moonlight Gisel. Und er raucht oder was auch immer. Finde ich übrigens nicht geil, den Move, wenn Raucher mir den Rauch wie er direkt ins Gesicht pusten. Also stehe ich jetzt nicht so drauf, ne. Aber sie könnte auch, ich weiß nicht, ob das das Licht ist im Hintergrund, weil da ist ja auch so Licht im Hintergrund, so auf seiner linken Seite und so. Aber ich denke, ich gehe mal ziemlich davon aus, dass er ihr gerade volle Bude den Rauch ins Gesicht pustet. Danke dafür. Ich heiße Moonlight Gisel? 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 Im Klappentext hat sie ja auch nur Gisel stehen. Jetzt ist da so ein Accent de Gui und ich weiß nicht, wie das heißt, wenn es in die andere Richtung ist. Alle Franzosen bitte mal kommentieren. Klammer auf Moonlight Gisel. Ja, aber ja. Moonlight. Ich finde es komisch, jetzt Gisel zu sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt Gisel oder Gisel. Wir sagen mal, wir sind mal classy und sagen mal Gisel. Also, Klammer auf Moonlight Gisel aussprechen, Klammer zu. Und ich bin zwölfeinhalb Jahre alt. Ich sehe aus wie auf den Buchkaber. Ja, das ist ganz schön, das ist ganz schön, das Wort, äh, das... Dieses Wort schmerzt anders, würde ich sagen. Ich stehe auf, mein Wecker klingelt und ich gehe runter aus meinem Zimmer in meiner teuren Villa. Meine Eltern sind tot und ich lebe allein in meiner Villa. Mit zwölfeinhalb. Absolut realistisches Szenario. Ich mache mir Essen, was ich esse und dann fahre ich mit meinen Lamborghini zur Schule. Ist auch eine absolute Neuheit, dass sie Essen macht, was sie auch tatsächlich isst. Also, krass, wenn man das nochmal erwähnen muss. Als ich angekommen bin, sehe ich jemanden Neuen in meinem Klassenzimmer. Er sieht ein bisschen aus wie Spider-Man, aber nur hübscher. Und ich will ihn anschauen. Er schaut zurück. Wir haben ein bisschen Augenkontakt. Er bewundert mich mit seinem Bad Boy Bleak und er zeigt mir, dass er mich will. Mit zwölfeinhalb. Können wir das bitte nochmal ganz kurz Revue passieren lassen? Ich weiß auch gar nicht, bist du mit zwölfeinhalb schon in der High School? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, du kommst mit zehn. Warte mal, du kommst doch hier, kommst du ja mit zehn, elf aufs Gymnasium, oder? Ja. Also, ich weiß nicht, ob man mit... Ja, wahrscheinlich, ja. Trotzdem würde ich gerne wissen, was ein Bad Boy Blick ist, was den Bad Boy Blick von anderen Blicken unterscheidet. Ist, glaube ich, wichtig für meine Zukunft, dass ich das einfach besser auseinanderhalten kann, wisst ihr? In der Pause kommen Jamie, Julian, Jaden. Klammer auf. Der Bad Joy. Klammer auf. Das ist zu viel Jod für meinen Geschmack. Aber Jamie, Julian, Jaden, der Typ tut mir richtig leid, Alter. Also, sorry, ne, aber so will man doch nicht heißen. So will man doch nicht heißen. Zu mir und erklärt mit, dass er denkt, dass ich anders bin und ich sage, dass ich das auch schon weiß. Und er sagt mir, er glaubt, er hat eine Crush und in mich interessiert und er will, dass ich seine Girlfriend bin. Ich habe diesen Satz gerade so oft aufnehmen müssen, weil das ist ein absoluter... Also, dieser Satz ist... Das schmerzt halt auch ziemlich, muss ich sagen. Ich sage ja und dann lädt er mich ein zu einem Abendessen bei seiner Familie. Davor warnt er mich. Meine Familiäre ist eine Mafia und sie sind die Tornado Rainwood Mafia. Die... Die Tornado Rainwood Mafia, wer kennt sie nicht? Nachdem wir ja letztens erst die... Wie hießen die? Die Death Graves Corpses Death Flowers Butterflies oder so haben wir jetzt natürlich die Tornado Rainwood Mafia. Ich würde jetzt mal auch sagen, dass das nicht Tornado, sondern Tornado heißen soll. Aber ja, die Tornado Regenwald Mafia ist der gruseligste Name, den man sich vorstellen kann. Sie werden im ganzen Land gesucht und sie haben magische Kräfte, die Leute töten können. Sei vorsichtig! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wenn die im ganzen Land gesucht werden, ist das ein bisschen weird, dass die einfach so ein Abendessen zusammen haben können. Also so mit Leuten einladen und dass der Sohn halt auf eine Schule... Also... Egal. Als wir in sein Hause gegangen sind, haben mich seine Mafia-Familie-Mitglieder fast ermördert, weil sie Angst vor mir hatten. Aber eine Sache weiß ich noch nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, 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 Punkt. Ich und Jamie Julian Jayden sehen, dass seine Mutter aussieht wie ich. Was heißt das? Sind wir verwandt? Dürfen wir uns noch lieben? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. So viele Fragen. Und so viele Fragezeichen. Ganz viele Gedankenstrichen. Wie findet ihr es bis jetzt? Herzchen-Augen-Emoji. Ich liebe meine neue Geschichte. Herzchen, Herzchen, Herzchen. PS, die Emojis in den Kapiteln. Verraten, was im nächsten Kapitel erfährt. Welche Emojis jetzt? Ich hab keine... Das sind halt zum größten Teil... Also, ich bin ja erstaunt, dass wir jetzt nicht so viele Emojis in diesem Kapitel bisher haben. Aber die einzigen, die wir hatten, waren halt dann irgendwie was mit Herzchen. Oder halt im Titel die Blitze. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir scrollen mal weiter. DNA-Zeichen-Emoji. Tötende Blitze. DNA-Emoji. Da ist ein Bild von Blitzen in der Kopfzeile. Also, nehme ich mal an, dass die Blitze von der Überschrift vom letzten Kapitel gemeint sind mit den Emojis, die sie am Ende gemeint hat. Ja, sind mehrere Blitze. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich sehe aus, als wäre ich mit Jamie Julian Jayden verwandt. Ist er mein Bruder? Bin ich deine Schwester? Ich hoffe nicht. Nein, das kann nicht sein. Ich glaub's ja nicht. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ich rannte aus der Tür und alle denken, das arme Mädchen, sie ist so nett. Warum ist sie traurig? Was ist los? Na, vielleicht, weil ihr sie halt gerade irgendwie umbringen wolltet oder so. Hä? Habt ihr das komplett schon verdrängt? Was habt... Also, macht mich gerade ein bisschen sprachlos, die Reaktion der Familie. Egal. Ich musste hier weg. Ich musste flühen. Ich war so wütend. So wütend. Im Himmel kamen mehr und mehr Wolken hin. Und plötzlich blitzten die Wolken. Ein Blitz trifft einen Baum und er kracht um. Ich war noch wütender, weil die Blitze den Baum getroffen haben. Ich wollte nicht, dass die Undwelt sterben muss wegen Müll. Was? Das macht halt so gar keinen Sinn gerade irgendwie. Ich verstehe diesen Satz wirklich nicht. Die Blitze wurden noch mehr, bis einer mich traf. Ich fiel auf den Boden. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich sehe Schatten von 15 Leuten. Ich schwebe und höre Stimmen ein altes Volkslied singen. Das ist gruselig irgendwie. Auf was für einen Typ ist sie gerade? Oh mein Gott. Und nach 13 Stunden wache ich in einem Bett auf, in dem ich gefesselt bin. Ah nee, gefäselt ist sie. Ist was ganz anderes. Von der Familie von meinem Crush. Nee. Trash oder Chrash oder keine Ahnung. Ich wurde von ihnen gefäselt mit Bettlarken. Sie sagen mir, ich soll mich nicht bewegen. Und sie reisen mir eins von meinen pinken Haaren raus. Klar auf, ja, Bad Girls haben pinke Haare. Klammer zu. Natürlich. Warum muss sie das noch erwähnen? Das wissen wir doch alle. Meine Güte, Bad Girls haben pinke Haare. Sie tun es in eine Tüte und tun die Tüte in einen Briefumschlag. Scheiße. Sorry. Machen wir gleich nochmal. Sie tun es in eine Tüte und tun die Tüte in einen Briefumschlag. Sie werfen es in einen Kasten und entfaiseln mich. Moonlight Giselle ist jetzt nicht mehr gefäselt. Krasse Konsequenz daraus, dass sie sie entfaiseln. Und sie steht auf und fragt, warum habt ihr das getan? Warum? Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Das war ein dramatisches Date. Geh, genauso dramatisch wie mein Leben. Aber alle wissen, dass Bad Girls nicht jammern. Also muss ich jetzt aufhören und diese Familie bekämpfen. Das ist halt so richtig random grad. Das ist so richtig random. Warum ist das alles wieder so komplett aus jedem Kontext herausgezogen und geschrieben? Und also absoluter, absoluter Hammer. Einhorn-Emoji, Regenbogen-Emoji, Sonnenblumen-Emoji, Stern-Emoji, Feen-Emoji, Fliegenpilz-Emoji und ein Flamingo. Wie fandet ihr dieses Kapitel? Herzchen, Spoilenwarnung, Herzchen. Moonlight Giselle und Jamie Julian Jaden sind näher mit sich verbunden, als sie gedachten. Ach, ich kann, dieser Satz ist schon wieder so ein Highlight, ne? Moonlight Giselle und Jamie Julian Jaden sind näher mit sich verbunden, als sie gedachten. Musste ich einfach gleich nochmal lesen. Das ist einfach, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. PS, die Emojis in den Kapiteln verraten, was im nächsten Kapitel erfährt. Ja, so wie letztes Mal. Ich hab wieder überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt mit, also ich guck mal wieder in den Titel. Keine Ahnung, was die jetzt mit DNA-Dings meint. Aber, äh, ja, werden wir ja vielleicht sehen im nächsten Kapitel. Was wir natürlich auch in der nächsten Folge zu dieser Geschichte dann lesen werden. Also hoffe ich, dass ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Außerdem muss ich euch, by the way, noch was erzählen. Und zwar hab ich jetzt vor kurzem gesehen, dass jemand eine Doctor Strange x Whatpad Horror Fanfiction geschrieben hat. Ich konnte noch nicht reingucken. Es sind aber auch nur zwei Kapitel, also es sind noch nicht so lang. Also, wer von euch da gern mal vorbeischauen möchte, gebt, glaub ich, einfach Amylai oder so bei Whatpad ein. Dann müsste das irgendwie kommen. Und, äh, ja, lasst ein bisschen Liebe da. Vielleicht schau ich auch mal rein und so. Und, äh, ja, falls nicht, ihr könnt mir auch gern schreiben, ob's einen krassen Plottwist gibt. Und ob ich irgendwie, ob ich irgendwie ein abgefahrener Vampirdämon bin oder so. Also, und, äh, ja, schaut da gern mal rein, lasst ein bisschen Liebe da und schaut natürlich auch gerne in den ersten drei Links in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr einen Spendenlink, ihr findet den Link zu meinem TikTok-Profil und zu meinem Whatpad-Profil. Würde mich freuen, wenn ihr bei allen dreien mal vorbeischaut und mal draufklickt und da einen Blick riskiert. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Zugucken, fürs Rumhängen in den Kommentaren. Da ist die Spontanität grad flöten gegangen, wie auch immer. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis dahin, bis nächste Woche. Wir hören uns, LGME. Meine lieben Horrorhörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Whatpad Horror und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir etwas Dummes machen, so wie ich gerade, weil ich gerade Lärm mache. Der Klappentext ist, glaube ich, das habe ich halt gerade richtig verkackt, meine Güte, zu mir und erklärt mir, erklärt mit, ach so, ja, dann halt so. Nein, das kann sein, das kann, das kann sein. Ach, scheiße.